Hm, wir brauchen ihn den anderen Weg zu sehen. Kein Problem! Ich denke, ich habe etwas gehört. Können wir uns dahinter aufgestecken? Ach ne, das ist bloß die Benutzung. Alles klar. Na gut. Siehst du die Tür? Nicht öffnen sie noch. Nur lehnt sich gegen sie und versuch, was auf der anderen Seite ist. Jetzt zum Beispiel. Geh mir! Okay, das hat doch ganz gut funktioniert. Was haben wir denn hier in der Ecke? Wir haben keine Angst vorhanden. Unsere Leben wurden krass. Der Klan muss immer enden. Ah, so ein bisschen derpy ist die Steuerung. Wenn schon, habe ich das Gefühl. So, weiter hoch geht es nicht? Okay. Ja, hier wären wir sowieso hingekommen. War ja zu erwarten. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Wird schon stimmen. Wird schon in Ordnung sein so. Okay, schauen wir mal kurz wie die sich bewegen. Den da drüben könnten wir zur Not ablenken mit dem Gong. Nett. Okay, da der im Dunkeln ist, ist das ja alles kein Problem. So. Sympathisch, sympathisch. Ziehen wir den nochmal kurz ins Dunkel. Wer weiß, vielleicht kommt ja jemand. Kann nicht schaden. So, ich denke mal hier oben... Müssen wir jetzt nach oben oder unten ist die Frage. Unten, wie es aussieht. Halt war da was? Mal kurz gucken. Ne. Ich dachte gerade, dass wir das hier irgendwie mit einsammeln könnten, weil das gerade geblinkt hatte, würde ich denken. Na gut. Und... Ich habe nach vorne geblinkt. Sie nehmen die Ninjahe als Hustage. Und sie nehmen ihre Augen in Probleme. Wir müssen uns hurryn. Mithilfe der Karte kannst du deine Ziele finden. Drücke Tab, um jetzt die Karte anzusehen. Okay. Da oben also. Oh Gott, das ist ja noch ein ganzes Stück. Mal zum Vergleich schauen, wie viel wir schon zurückgelegt haben. Naja gut. Haben wir schon ein bisschen hinter uns gebracht. Ich glaube, das täuschte dann gerade wohl. Okay. Gut. Soll mir recht sein. Weiter geht's. Ah. Zwei von vier von Azai's großen Gongs schon erwischt. Also es scheinen nicht alle reinzuzählen. Aber doch einige. Ho. Ho. Ja, 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 ich bin schon dabei. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der... Das war ja doof. Das fand ich jetzt uncool. Ich dachte auch, dass ich auf dem Zwischending dort noch drauf springen kann, aber war wohl nix. Tja, das mit dem nicht entdeckt werden, haben wir damit schon mal verkackt. Also ich im speziellen. Das war doof. Habe ich den denn durch den Gong angelockt oder wie sieht das aus? Hm. Ich weiß nicht, ob es nach oben noch weiter geht hier, aber... Ich glaube bald nicht, ne? Bleibst du so stehen? Das finde ich sehr nett. Äh, äh. So, mein Freund. Jetzt muss ich mir, weil du mich entdeckt hast, hier meine Punkte noch wiederholen. Ah, hier haben wir schon den ersten Ninja, den wir retten können. Alles klar. Sie haben uns mit Überraschung. Sie haben uns mit Überraschung. Mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, ob das klappt. Ach, jetzt kann ich hier auch dran. Ah. So, mein Freund. Ab nach unten mit dir. 400 Sinneswandel. Was auch immer das heißt. Ich weiß nicht, was ihr mit Sinneswandel meint. So, guck mal kurz hier unten rein. Schau dir zurück. Er könnte in den Vents sein. Komm schon, zeig dir selbst. Ja, ist er. Ist er. Okay. Kommt er noch wieder vorbei? Tut er, tut er. Sehr schön. Oh shit, das war nicht gut. Hey. Ich habe das gehört. Ich weiß, dass ich etwas gehört habe. Das war dann wohl nicht so gut. Hey, ich weiß, dass du hier bist. Ja, bin ich. Und jetzt? Es ist nichts hier. Hey, schau dir hin. Okay, das war nicht so gut, aber können wir uns auch mal anschauen, wie es aussieht, wenn wir offen attackieren. Ah, okay, wir können sie niederschlagen und dann Tod eines Bauern, wie nett. Und dann können wir sie am Boden liegend also auch hinrichten. Oh. 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 Das muss mir doch jemand sagen. Okay, gucken wir uns vielleicht erstmal hier drum. Wie weit kann der denn gucken, ist die Frage. Sieht er mich, wenn ich jetzt hier rauskomme? Oh. Oh. Okay, wir können durch das halb geöffnete Ding durchschießen, das ist natürlich auch interessant. So, jetzt könnte ich ihn mir theoretisch schnappen. Oder ich warte bis jetzt. Bingo. Wir töten so viele, wie wir können. Aber sie haben uns überrascht. So. Das war offenbar keiner der Gongs. Was, da lösen die direkt Alarm aus, nur wenn Gong erklingt? Ihr seid aber auch komisch. Kommt denn jetzt einer von drüben oder nicht? Auf jeden Fall haben sie es eilig. Okay, ich geh einfach mal runter. Ach, hier hätte ich mich auch theoretisch verstecken können. Alles klar. Das war's für ihn. Ich weiß nicht, ob es noch einen gibt. Ich mach einfach mal hier. Ach so, das ist die Leiche. Ach so. Hups. Ach, nächstes Mal. Wir sind also vorhin... bei dem Stand geblieben, wie wir waren mit dem Leichen. Die bleiben dann tatsächlich liegen. Wir sind nicht in der Zeit zurückgesetzt worden. Nicht über mich. Geh, Master, wie ich. Okay, haben wir schon mal drei von vier, ist ja gar nicht so schlecht. Geht es hier weiter? Ja. Schön. Hups. Und da haben wir auch den vierten Gong. Wunderbar. Da können wir die Gongs jetzt endlich mal außer Acht lassen. Hups. Ich glaube, das ist sowieso keine große Lampe. Kann ich eigentlich nach oben? Nee. Ich dachte vielleicht mit dem Greifhaken oder so. Was war das? Okay, sorgen wir erstmal ein bisschen für Ordnung hier. Geh. Wie viele Leute nimmt es, um eine Lichtmache zu verbrechen? Ah, Waste von Zeit. Ja, Waste von Zeit. Ja, Waste von Zeit. Verhält dich, lieber. Oh, was? Nee, das wollte ich gar nicht. Wow, 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 wow. Fuck. Ich sollte nicht sprinten, das macht Geräusche. Habe ich ganz vergessen. Aber immerhin haben wir sich so ein bisschen separiert voneinander. Denkste. Das ist witzig. Nichts. Na gut. Jetzt aber. Gut. Das hat funktioniert. Du wißt, jetzt liegt die Leiche hier natürlich rum. Ah. Ja, kein Puls. Hättest du auch an der Schnittwunde im Bauch erkennen können, dass er tot ist. So. Das war's für ihn. Dass mit ihm nicht entdeckt werden, klappt ja sowas von überhaupt nicht. Na gut, ich hab ja gesagt, ich bin nicht so der Stealth-Experte. Also es kann sein, dass wir ein paar Leute mehr umbringen, als vielleicht nötig wäre. So ist das eben. Gut. Wir müssen noch einen Ninja finden, oder? Ich glaub, er ist drei. Hold on. Hörst du was? Was passiert mit dem Licht? Hä? Ich geh mal lieber rüber. Kann nicht schaden. Ich war mir nämlich grad nicht sicher, ob der mich sieht oder nicht. Hm. Vielleicht wär's schlauer gewesen, einfach den Linken erstmal zu schnappen. Eigentlich waren sie ja weit genug auseinander und durch das Dunkle getrennt, ne? Okay, von sich aus schauen sie erstmal nicht nach oben, wie mir scheint. Dich können wir lautlos töten. So. Und bei dir? Können wir auf den Gong einsetzen? Ja, ich hab es gehört. Den Gong des Todes, mein Freund. Den Gong des Todes. Okay. Aber wir müssen eigentlich sowieso hier rüber. Warum hab ich die umgebracht? Ich weiß es nicht. Also warte mal, hier unten geht doch auch noch ein Weg durch. Wo kommen wir denn da hin? Oh, hier ist was. Das wollen wir natürlich auch mitnehmen. Ah, hier wäre noch ein Weg gewesen. Na gut. Viel verstecktes Zeug. So. Jetzt lass aber mal weiterziehen hier. Okay, drüben steht einer. Wie sieht's denn hier oben aus? Noch mehr zum Einsammeln? Wunderbar. So. Na, wenn du immer in die eine Richtung schaust, dann ist mir das recht. Gut. Läuft. Ah, machen wir oben weiter oder unten? Ich weiß es nicht. Ah, oben geht gar nicht. Oben ist nix. Außer vielleicht ganz oben. Ne, sieht nicht so aus. Na gut, dann nehmen wir den weg. Der Meister. Du wählst die falschen Leute, die zu robben, Sensei. Es ist Zeit für den alten Mann zu retten, Freunde. Okay. So, machen wir's da einfach mal auf dem Wege. Mir ist da grad nach. Gibt's eben mal ein Bauernopfer. Und damit wäre der Sensei gerettet. Das war's. Das war's. Das war's. Der Fall. Und damit ist der Fall. Das war's. Wir haben uns gefunden. Wir müssen zurückbekommen. Wir werden für unsere Überlebung. Und für unsere Ehre. Ich habe gesehen, dass dieser Tag kommen würde. Und so. Ich habe mich auf einen Champion, für uns kämpfen. Und so. Er hat den ersten Mark akzeptiert. Er wird den Clan. Auf einem schrecklichen Kosten. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Okay. Keine Feinde töten und keine Alarme auslösen. Scheint also immer eine Zusatzaufgabe zu sein. Gut zu wissen. Ich nehme an, man kann weitaus besser sein, was die Punkte angeht. Ist aber auch nicht so schlimm. Ganz ehrlich. Macht nichts. So. Was haben wir denn hier? Ach, das sind die Rollen, die wir gefunden haben. Okay. Also ein bisschen was haben wir ja doch erwischt. Also gar nicht so schlimm eigentlich. Ich denke mal ein paar Punkte zum Ausgeben haben wir da jetzt schon. So. Ich weiß bloß nicht, ob wir jetzt hier schon was machen können. R6 und 9. Geht schon. Oder ob wir auf nächstes Spiel gehen müssen. Schauen wir einfach mal. Geht schon mal. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Yng. And of the champions who came before you. Before the restoration. As the other clan strayed and disbanded. A merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burn with toxin. Put the toxins in your skin. And you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to go. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Again. Außerhalb des gebiets. Kurz nach der demo. So sieht es also aus. Ich weiß bloß nicht so richtig. Können wir denn hier vielleicht unsere Kräfte verbessern? Ne ne. Ich glaube das Ding hat generell Probleme mit so langen Zeilen. Gut. Hier scheint man also auch nichts verbessern zu können. Ich weiß noch nicht wo wir unsere Fähigkeiten verbessern können. Irgendwie muss man das jetzt entgangen sein. Auf jeden Fall werde ich jetzt an dieser Stelle mal die Aufnahme beenden. Das war jetzt bloß so zum antesten. Weil ich auch nicht so viel Zeit habe gerade. Neues Ziel umgeht das Büro. Na klar. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ist ja auch gar nicht so weit weg eigentlich. Gut. Werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Und dann werden wir uns den Grafen vornehmen. Und ihn niederstrecken. Bis dahin macht es gut. Ich hoffe das Spiel gefällt euch soweit. Es ist eigentlich... Also von der Steuerung her ist es ziemlich witzig. Muss ich sagen. Und... Falls ihr Wünsche haben solltet. Töte mehr. Töte weniger. Lass dich nicht entdecken. Oder geh in offene Gefechte. Sagt Bescheid. Ich mach alles. Gut. Bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin macht's gut. Und tschüss. Bis. Bis.